Ich grüße euch. Und zwar hatte ich euch ja mal ein Video gemacht über verschiedene Wasserfilter für unterwegs. Und da hatte ich euch hier diesen Live-Straw zum Beispiel gezeigt. Das ist ein sehr guter Filter. Und gegen chemische Verunreinigungen hilft ja Aktivkohle. Hier ist zum Beispiel auch ein Aktivkohlefilter drin. Und ich benutze das aber auch im Haushalt. Da habe ich auch einen Wasserfilter, den man am Wasserhahn montieren kann. Ich habe einige Jahre diesen hier benutzt. Der ist sehr gut. Ist ein chinesisches Produkt. Jedoch hat das den Nachteil, dass die ganze Einheit komplett ausgetauscht werden muss. Das ist natürlich eine Ressourcenverschwendung. Ansonsten ist er gut. Das ist auch ein Aktivkohlefilter. Das Wasser schmeckt deutlich frischer und reiner, wenn man das gefiltert hat. Auch wenn man jetzt alte Wasserleitungen hat, wo jetzt noch so Metallrückstände dann sind. Die werden auch alle rausgefiltert. Ja, wie gesagt, nur es ist halt Unsinn, das ganze Ding immer austauschen zu müssen. Aber es geht nicht anders. Das ist ein Ding halt. Und das wird hier einfach an den Wasserhahn geschraubt. Und dann kann man halt gefiltertes oder ungefiltertes Wasser haben. Und dieses habe ich mir jetzt gekauft. Das ist ein tolles Gerät. Das ist von Philips. Man sieht, das ist auch wesentlich kompakter im Vergleich. Und das Tolle hierbei ist, dass man diese Filterkerze austauschen kann. Die Filterkerze ist hier drin. Wenn ich das hier jetzt so aufdrehe. So, ich habe es jetzt mal für euch aufgedreht. Das ist die Filterkerze. Und die kann man halt nach, in meinem Fall, also für ein Ein-Personen-Haushalt, hält sie sechs Monate. Und dann entsprechend weniger, wenn mehr Leute Wasser benutzen. Weil man soll also 1000 Liter damit filtern und dann eine neue Patrone einsetzen. Ja, dieser Ring hier mit den Zahlen, das ist eine Erinnerung. Also man stellt den Monat ein, wenn man die Filterkerze ausgewechselt hat. Und in diesem Fall ist das bei mir sechs. Eigentlich hätte ich auch sieben stellen können. Beziehungsweise sechseinhalb. Ja, weil es ist ja jetzt schon Monatsende. Kann ich ruhig auf sieben stellen. Die paar Tage. Und ab dann rechne ich ja, also sechs Monate vorwärts in meinem Fall. Aber darüber hinaus hat dieses System noch einen weiteren Vorteil. Also angebracht wird es übrigens ganz simpel. Es gibt verschiedene Adapter für verschiedene Wasserhähne. Von 15 bis 24 Millimeter Durchmesser. Sie müssen aber rund sein. Und an diesem Adapter wird dieser Filter dann einfach dran geklemmt. Da ist so ein Mechanismus drin mit einer Feder. Und dann wird das da so fest geklemmt. Und wenn ich jetzt Wasser... Ich kann sowohl warmes wie auch kaltes Wasser durchlaufen lassen. Das ist kein Unterschied. Es gibt hier verschiedene Stufen. Das hier ist jetzt die Browserstufe. Mit diesen Strichen. Das ist die Filterstufe mit dem blauen Wassersymbol. Und das hier ist ein Wasserstrahl. Also ohne Filter. Mit Filter. Ohne Filter. Wenn ich jetzt Wasser rauslaufen lasse, dann kommt so ein schöner, perliger Wasserstrahl. Wenn ich es auf den Spielsymbol stelle, dann kommt hier Trinkwasser raus. Gleich mal ein Glas abfüllen. Und wenn ich es so stelle, kommt ungefiltertes Wasser als Strahl raus. Das ist wirklich ein flottes System. Und kostet... Was habe ich bezahlt? Ich glaube 30 Euro oder so. Ich blende euch den... Also ich mache euch den Link in die Videobeschreibung unter dem Video. Dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Und... Ja, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich eine sehr gute Sache. Erstens muss man nicht Flaschen schleppen. Und außerdem... Hat man wirklich ein sehr wohlschmeckendes Wasser. Auch für Kaffee und Tee und so weiter halt. Gut. Das soll es schon gewesen sein. Macht's gut. Viel Freude mit dem tollen Wetter. Und bis bald. Also solange ihr kein Unwetter habt. Das ist natürlich teilweise ganz schön heftig. Ja, ja. Ich habe schon in den Nachrichten gesehen. Aber hier bei uns in Südhessen ist eigentlich... Bis auf ein bisschen Gewitter war hier nichts. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Um. You. 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 Vielen Dank.